3, 2, 1 Guten Tag, haben Sie Mini-Cookies? Ja, für 3,50 Euro. Was? So teuer? Dann geh doch zum Netto. Nee, Aldi ist viel besser. Aldi! Ist da hinten nicht Chichi Fuchichiro aus Japan, der die Aldi-Tüte aus Perlen gemacht hat? Ja, glaub schon. Hinterher! Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song, Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song. Hat denn nicht auch Lidl, Rossmann, Rewe und Chanel gemacht? Das wäre doch gelacht. Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song, Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song. Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song, Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song. Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song, Aldi-Tüte, Aldi-Tüten-Song. Aldi-Tüten-Song, Aldi-Tüten-Song. Aldi-Tüten-Song.